Die Villa Romana ist ein Ort für künstlerische Produktion, der so wie sie heute existiert 1905 schon eingerichtet wurde in einem historischen Gebäude am Rande der Stadt Florenz. Sie wurde gegründet von Max Klinger und einem Freundeskreis von Künstlern, Förderern. Zeitgleich wurde im gemeinnütziger Verein eingerichtet, der auch bis heute noch die Villa Romana unterhält und auch den Villa Romana-Preis vergibt. Dieser Villa Romana-Preis wird jährlich an vier herausragende Künstler verliehen. In der Vergangenheit waren das Namen wie Max Beckmann, Käthe Kollwitz, die dann später zu Ruhm und Ehren kamen. In der Villa Romana sind wir vier Preisträger. Wir arbeiten alle und wohnen in diesem Haus zusammen zehn Minuten außerhalb von Florenz für zehn Monate, von Februar bis Ende November. Jeder hat sein eigenes Atelier. Wir sind sehr aktiv. Wir reisen viel. Wir machen viele Exhibitionen. Wir genießen die Ästhetik und die Dinge, die wir sehen und herauskommen. Und die schöne Raum, die wir offerten. Auf der anderen Seite, wir arbeiten meistens zusammen. Und dann manchmal essen wir zusammen, versuchen, zu schlafen zu haben. Und versuchen, zu lernen, wie italienische Küche zu kümmern. Dinge wie das. Wenn man dann auch zusammen da ist, manchmal dann hat man Besuche oder gibt es irgendwelche Veranstaltungen sowieso in der Villa mit viel Musik und Ausstellungen und Projekten mit anderen Künstlern vom Ausland und so weiter. So the cliché of relaxing and spending time. It's not the kind of burgerlisch, bourgeois picture that you would imagine. It's much more chaotic and exciting, but based on the processes that we encounter when we're working there. Die Ausstellung Villa Romana, das Künstlerhaus in Florenz, gibt einen Querschnitt mit ca. 80 Arbeiten durch 100 Jahre Kunstgeschee. Von 1905 bis 2013 zeigen wir ca. 80 Arbeiten, Malerei, Zeichnungen, Fotografie, Videoinstallationen, Skulpturen. Das heißt, diese Ausstellung gibt sowohl einen Einblick in verschiedene künstlerische Haltungen, als auch eben die Kunstgeschichte von über 100 Jahren.